also finden wir sie da sicherlich irgendwie noch ja guck mal wir haben schon ein kleines stückchen von der welt aufgedeckt und erfahrener prinzipi kapitän wetter fester komino ja das ist ein skarfenhändler der mürrische da und du bist weil ja eine schadelsgesellschaft genau daher war der weibliche hai und erfahrener huraner captain mürfelsen der wahrhaft wahl kalt siegen der ist neutral sogar ja sakuja um bekannter standort boten wacht ja da muss ich auch irgendwann mal hin zu boten wacht gut was heißt jetzt in den weib des falschen mundes du kannst sie riechen bevor du sie sehen kannst leichen von lagu feld liegen über hier verstreut einige sind bis zur sähigkeit verbrannt und andere so sehr zusammengepresst dass sie kaum mehr sind als ein schmierfleck auf dem boden das gelieb durchsuchen ja ich brauche überleben nicht findigkeit also die grausige zähne untersuchte erhaschte einen flüchtigen blick auf eine große gruppe von auf der lauer liegenden lagu feld und alle haben sich ihre blas ruhe direkt auf dich gerichtet alof wurde verletzt sie fahren alle seien vom blasfeind auch bevor sie reagieren kannst du kannst den feind ausweichen doch einer von ihnen trifft alos mitten im hals die lagu feld stoßen einen heulen schrei aus und stürzen sich auf dich ich brauch dringend mehr findigkeit merke ich schon beziehungsweise mehr überleben was für eine wunde hat alle auf den tapferkeit und zersetzung ich muss aber sagen dafür sind sie nicht sonderlich stark gewesen jetzt rutenpulverzutat lagu fettfleisch oder lagu fettfleisch wie auch immer ein tahiva schnabber also ja das war jetzt eine interessante begegnung und ja ich muss jetzt gleich den text absender dass ich brauche nämlich überleben bei etta nicht findigkeit bei der überleben idee habe ich jetzt das eigentlich richtig rum gesetzt ja gut so jetzt können wir die ruinen von amir amiras quartier mal betreten im eingang zu den ruinen liegen mehrere leichen von lagu fett verstreut in zur morgen knochenlosen haufen das blut aus dem boden vergossen wurde es hellrot und noch immer frisch offensichtlich sind sie erst vor kurzer zeit gestorben ja 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 Hier sieht es schon mal so aus. Die Rankenbinden, die Vorhut der Bemühungen des Dschungels, sich diesen Tempel zurückzuholen. Und irgendwas ist hier noch. Ich kann hier noch was anklicken. Oder das Spiel verarscht mich nur ein bisschen. Okay, ein Imbiss ist nicht etwas, wovor ich unbedingt Angst habe. Zwei Imbiss, davor habe ich erst recht keine Angst. Wobei ich mir jetzt gerade nicht so wirklich vorstellen kann, dass zwei Imbiss... Na, Kupferstück, hey. Diese Lagophate, da draußen zerrissen haben sollen. Der da schon eher. Ein Leerseher, okay. Okay, das hier ist ein bisschen... Oh, Alof hat aufs Maul gekriegt. Seraphine, kannst du denen das Konstrukt übernehmen? Okay. Ich hoffe, dass wir nicht so können. So, nieuw. горbeet, ihr seid glücklich. Okay. Oh, mein Geld ist schmerzüglich. Ja toll, Seraphane kann gerade nicht wieder übernehmen. Okay, erst das Au loswerden, dem wir mehr Schaden machen können. Ja. 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 jetzt muss der impf weg das konstrukt ist schon im tode noch habe ich noch ich habe gar nichts mehr okay die war ein interessanter gegner hat sogar zwei zauberbücher dabei gehabt hervorragende großer schild clown streitkolben alles amiras flügel zweihändiger stab dann benutzt du den mal er ist schon mal außergewöhnlich denn er ist hervorragend schon können also höchstens noch legendär machen ich könnte ihm er hat windbeschwörung gewährt wenkender wind auch das ist das ist schön viel schaden und vor allem reiner schaden die das böhe ist auch nicht schlecht für das umarmung heilung erhalten alle verteidigung gegen wind angriffe all windkraft stufen chance beim treffer das ziel zu unterbrechen und niederzuschlagen abwehr gegen waffen das ist auch nicht schlecht level up für palegina die hat überleben 6 nachher da hat auch 6 ok ne kriegt sein putin einschüchtern noch mal einen heimlichkeit das reicht dann bei ihrem heimlichkeit ich könnte die anne hier hand auflegen ist schon verbessert das habe ich auch schon verbessert das ebenso wiederbeleben der mutterung befreien der mutter ermunterung mehr kritischen treffer schaden das klingt gut zweihändig kriegt sie jetzt noch eine pike dazu so jetzt da wir die platt gemacht haben das von oben herabtropfende wasser schmeckt nach kaltem stein und moos ich habe harmonie erhalten bescheidens entschlossenheit gewährt verpflichtung du und ein verbündeter schließlich eine bindung einzugehen werden immun gegen wirkung auf intellekt bis zum ende des kampfes dieser bescheidene holzring wurde mit großer sorgfalt und zahlreichen details hergestellt ok tauschen wir mal das und dann kriegt seraphine etwas mehr entschlossenheit so super jetzt kann ich die bindung der liebenden machen hier ist noch ein außergewöhnliches zepter und trank der mäßigen heilung außergewöhnliches zepter hat alof schon ok tja und wenn ich das richtig sehe war es das schon mit dem tempel kleiner feiner tempel mit einem recht interessanten kampf ahoy oh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017